Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Wir spielen Cthulhu Death May Die. Letztes Mal haben wir das Setup komplett abgeschlossen, haben uns einen großen alten ausgesucht, das ist Hastur und die dritte Episode. In dieser Episode geht es darum, dass wir in einem Maskenball sind, dort diverse Zauberer aufdecken müssen und versuchen diese zusammenzutreiben, um das Ritual zu unterbrechen, damit Hastur in unsere Welt kommt und wir ihn letztendlich besiegen können. Ob uns das gelingt, das werden wir sehen. Ich wünsche viel Spaß dabei. Willkommen zurück, liebe Freunde des Horrorspiels. Hier nochmal das komplette Setup zur dritten Episode von Cthulhu Death May Die. Wir haben uns Hastur ausgesucht als großen Alten, den es zu besiegen gilt. Unsere zwei Ermittler sind einmal Sister Beth und einmal Rasputin. Wir befinden uns in dieser Location, bestehend aus zwei Etagen. In der ersten Etage ist ein großer Ballraum und sehr viele maskierte Leute sind dabei und unter den Maskierten sind irgendwelche Beschwörer, Zauberer und die gilt es in Anzahl von vier hier oben hin auf die Küste zu locken. Wenn uns das gelingt, dann wird Hastur in unsere Welt kommen und dann können wir ihn auch angreifen und besiegen. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so schwierig, aber das werden wir dann sehen, ob es tatsächlich schwierig ist oder nicht. Erstmal werden wir uns einen Überblick damit verschaffen, wie das Spiel an sich funktioniert. Und wir hatten unseren ersten Spieler gewählt, das ist Sister Beth. Und dann gucken wir uns jetzt mal an, wie so eine Runde abläuft. Das coole an Cthulhu Death May Die ist, dass die Regeln für das Spiel sehr, sehr einfach sind. Es ist gut strukturiert, es gibt immer die gleiche Abfolge und man ist sehr, sehr schnell drin in dem Spiel. Jeder Ermittler hat dabei sogar auf seinem Sheet die komplette Zugabfolge. Die handelt er von oben nach unten ab. Danach ist der nächste Ermittler dran und dann immer so weiter. Dann geht das Ganze natürlich wieder von vorn los, je nachdem, wie viele Ermittler ihr spielt. Innerhalb des Zuges werden natürlich auch die Gegner automatisch mit aktiviert werden, so dass auch dahingehend die Gegner immer mit der Anzahl von Ermittlern öfters dran sind oder halt weniger dran sind und somit auch vom Balancing her das Spiel sehr gut ausgewogen ist. Starten wir mit der ersten Sache, die wir in einem Zug machen. Und das sind drei Aktionen ausführen. Und die drei Aktionen können folgende Sachen sein. Wir werden alle Sachen auf alle Fälle während dieses Playtours behandeln. Wir haben einmal Laufen um drei Felder. Dann haben wir Angreifen, wir haben Ausruhen, wir haben Gegenstände tauschen oder wir haben Episodenaktionen durchführen. Die Episodenaktionen, die sind direkt auf eurer Episodenkarte drauf, die auf eurem Storyboard liegt. Die werden wir uns nachher betrachten, wenn wir diese Aktionen ausführen. Würde ich sagen, wir fangen mal als erstes an mit der Laufaktion. Bis zu drei Felder. Bevor wir uns aber mit dem Laufen beschäftigen, müssen wir uns einen kleinen Überblick darüber verschaffen, wie unser Spielplan aufgebaut ist. Grundsätzlich ist der Spielplan in mehrere Felder unterteilt und Felder werden durch Teile voneinander getrennt. Ihr könnt davon ausgehen, dass jedes Teil für sich betrachtet grundsätzlich schon mal mindestens ein Feld ist und es gibt keine Teile, die benachbart sind, die zusammenhängend ein Feld ergeben. Das heißt, eine Grenze von so einem Teil ist immer auch die Abgrenzung zu einem Feld. Doch Achtung, es gibt Teile, die sind in sich selber nochmal unterteilt in mehrere Felder. Haben wir hier zum Beispiel den Flur. Er ist ein komplettes Feld. Das heißt, ein komplettes Teil ist in dem Fall hier mal ein komplettes Feld. Das ist aber nicht immer so. Haben wir zum Beispiel dieses Teil hier unten, das ist so ein Zweifachteil, hat hier in der Mitte so eine Mauer, die man optisch sehr gut dargestellt hat. Des Weiteren ein Indiz dafür, dass so ein Teil in mehrere Felder unterteilt ist, ist, es sind diese Pfeile, die hier meistens nach außen zu den einzelnen Bereichen zeigen, beziehungsweise in dem Fall hier nach innen. Pfeile bedeuten immer, dass hier eine Wand ist, dass man aber durchgehen kann. Durchgehen geht aber nur dann, wenn beide Pfeile zueinander zeigen. Es gibt teilweise auch Bereiche, wo wir einen Pfeil in eine bestimmte Richtung haben, aber auf die andere Seite kein Pfeil ist. Dann ist dort kein Durchgang, aber trotzdem ist dort das Feld zu Ende. Schauen wir uns dafür mal die Eingangshalle genauer an. Da ist das nämlich sehr gut plastisch dargestellt. Habe ich mal unsere beiden Helden aus der Eingangshalle entfernt, um euch das ein bisschen darzustellen, wie das mit diesen Feldern gemeint ist. Wir haben hier einen Teil, somit das auf alle Fälle mindestens ein Feld. Aber wo ist ein benachbartes Feld? Wir haben hier ein Pfeil nach außen und hier entgegen wieder ein Pfeil hinein. Das bedeutet, das ist ein Durchgang. Hier kann man durchlaufen. Im Gegensatz zu links oder rechts zeigt hier ein Pfeil rüber, aber kein Pfeil in diese Richtung. Bedeutet in dem Fall, hier ist tatsächlich eine Mauer. Hier kann man nicht durchlaufen. In keiner Richtung, weder von hier nach hier, noch von hier nach hier. Das ist tatsächlich nur dann möglich, wenn beide Pfeile zueinander zeigen. Das sollte man sich immer bewusst sein. Nicht, dass man den Irrglauben verfällt. Man kann in diese Richtung laufen, aber nicht wieder zurück. Das ist grundsätzlich nicht so. Ihr benötigt immer beide Pfeile. Okay, dann wissen wir jetzt, wie die Räume in sich strukturiert sind. Dann führen wir doch jetzt mal eine Laufaktion aus. Wenn wir mit einem Ermittler eine Laufaktion durchführen, haben wir die Möglichkeit, uns bis zu drei Felder zu bewegen. Also mit einer einzigen Laufaktion. Aber Achtung, ihr könnt nicht eure Bewegung unterbrechen, um irgendeine andere Aktion zu machen. Macht eure Bewegung. Das ist eure Aktion, soweit wie ihr wollt. Erst dann könnt ihr die nächste Aktion machen. Ihr könnt sie vorzeitig unterbrechen, könnt aber dann nicht die Bewegung für die restlichen drei Felder dann noch weiterführen. Machen wir hier einfach jetzt die Laufaktion mit Sister Beth. Das heißt, erste unsere drei Aktionen, ich möchte laufen. Erstes Feld hier hinein, denn hier haben wir diese beiden Pfeile. Bedeutet, hier haben wir einen Durchgang. Zweites Feld könnte ich mich jetzt hier hineinbegeben zu diesem Monster, aber das möchte ich nicht. Des Weiteren könnte ich mich hineinbewegen hier zu diesem Kultisten. Auch da sind die Pfeile zueinander. Dann habe ich die nächste Möglichkeit, hier in den Ballsaal hineinzugehen. Oder auch das ist möglich, die Treppe zu benutzen. Das heißt, ich komme dann auf das Feld, wo die andere Treppe ist. Es sind immer zwei Treppen, wenn eine Treppe eine Rolle spielt. Das gleiche gilt gegebenenfalls auch für Tunnelsymbole. Und natürlich sind diese Felder angrenzend in jeglicher Hinsicht. Doch ich möchte mich nicht die Treppe lang bewegen. Ich möchte mich auch nicht hier zurück bewegen. Ich will mich in den Ballsaal bewegen. Das heißt, meine zweite Bewegung beziehungsweise immer noch meine erste Aktion, auch meine zweite Bewegungspunkte geht hier hinein. Aber Achtung, sobald ihr ein Feld mit Gegnern verlasst, werden diese Gegner euch immer verfolgen. Das heißt, die werden automatisch mit euch mitziehen. Egal, ob hier gegebenenfalls auch andere Ermittler sind. Ihr zieht mit eurem aktiven Charakter immer die Gegner hinter euch her. Einen Bewegungspunkt habe ich noch übrig und dann würde ich sagen, ich gehe ganz nach oben hier zu diesem Kultisten. Natürlich wird dieser mich wieder verfolgen, weil ich verlasse ein Feld mit Gegnern und der Gegner verfolgt mich. Und damit ist meine erste Aktion von den dreien Laufen vorbei. Noch eine kleine Sache, ich weiß es nicht, ob es in diesem Szenario vorkommt und zwar Feuer. Einfach mal kurz Sister Beth wieder zurückgestellt, den Kultisten lasse ich schon mal dahin, weil ich mich sowieso hier lang bewegen werde. Denn das Thema Feuer könnte bei der Bewegung auch eine Rolle spielen. Ist in einem Raum oder auf einem Feld ein Feuer ausgebrochen, dann könnt ihr euch bei der Bewegung ganz normal auf das Feld drauf bewegen, passiert überhaupt nichts, müsst ihr euch überhaupt keiner Konsequenz stellen. Die Konsequenz kommt erst wieder dann, wenn ihr das Feld verlasst. Es ist also wie bei den Gegnern, wenn ihr ein Feld mit Gegnern verlasst, verfolgen sie. Und beim Feuer ist das ähnlich, nur dass das Feuer euch nicht verfolgt. Wenn ich mich also jetzt hier raus bewege, das Feuer bleibt hier auf dem Feld. Aber die Anzahl an Feuertokens, die hier in diesem Feld ist, was ich verlassen habe, muss ich mir auf mein Charakterboard legen. Das heißt, in diesem Beispiel ein Feuertoken war in dem Raum drin, muss ich mir ein weiteres aus dem Vorrat nehmen und direkt auf das Bord legen. Was dann mit dem Feuer passiert, das zeige ich euch dann, wenn wir dann diesen Schritt abhandeln. Doch das sollte ja nur das Beispiel gewesen sein. Wir haben kein Feuer und unsere Sister ist hier in diesem Feld. Zwei Aktionen habe ich mit Sister Beth ja noch zur Verfügung. Da werde ich als nächste Aktion eine Angriffsaktion durchführen. Achtung, bei Angriffsaktionen müsst ihr euch, bevor ihr eine Figur angreift, dafür entscheiden, welche ihr angreift. Es gibt manche Fähigkeiten, die greifen auch ein komplettes Feld an. Dann kann man die Schadenspunkte verteilen. Wenn ihr das aber nicht habt und Sister Beth hat zur Zeit nicht so eine Fähigkeit, dann muss sie sich jetzt ein Ziel auswählen, was sie angreifen möchte. Und wir haben zwei Kultisten, die sind beide gleichwertig. Ich greife einfach mal diesen Kultisten jetzt an. Um einen Angriff durchzuführen, werft ihr grundsätzlich erstmal immer mit drei schwarzen Würfeln. Diese drei schwarzen Würfeln habt ihr immer bei jeglicher Probe zur Verfügung, könnten aber gegebenenfalls modifiziert werden mit grünen Würfeln. Das heißt, mitunter kann es über Fähigkeiten, aber auch über diese Wahnsinnsleiste dazu führen, dass ihr noch Bonuswürfel für euren Wurf dazu bekommt. Schauen wir uns, bevor wir uns um die Bonuswürfel kümmern, einfach mal die Ergebnisse dieser Würfel an, was hier so möglich ist. Wir haben hier dieses Tentakel-Symbol. Das Tentakel-Symbol bedeutet, wir haben nichts getroffen und wir werden wahnsinnig. Das heißt, wir müssen diesen Tracker um eins nach vorne bringen, wenn wir so ein Ergebnis würfeln. Aber Achtung, ihr habt grundsätzlich die Möglichkeit, eure Würfel mit diversen Fähigkeiten noch zu manipulieren. Ihr müsst das Ergebnis erst dann ausführen, wenn ihr mit eurer kompletten Manipulation durch seid. Zweites Ergebnis, was möglich ist, dieses Ausrufezeichen. Das möchten wir gern haben, wenn wir angreifen, denn das ist ein Erfolg, das ist ein Treffer. Die nächste Möglichkeit besteht eine Kombination aus beiden. Das heißt, Tentakel und ein Erfolg heißt, wir haben einen Treffer, müssen uns aber auch dementsprechend halt unsere geistige Gesundheit einen Punkt schreiben. Weitere Möglichkeit ist dieses Ältersein. Das Ältersein ist erstmal auch kein weiterer Erfolg, doch manche Fähigkeiten oder Gegenstände haben die Möglichkeit, über diesen Würfelergebnis irgendetwas auszulösen. Müsst ihr euch halt die Fähigkeiten genau eurer Charaktere angucken. Wir machen das natürlich dann mit Sister Beth auch noch. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch ein Ergebnis und zwar das, was man auch nicht unbedingt haben möchte, ein Blank. Das heißt, ihr habt gar nichts getroffen, ihr habt kein Ältersein, ihr verliert aber auch keine geistige Gesundheit. Damit wisst ihr erstmal, was für Würfelergebnisse möglich sind. Des Weiteren, ihr könnt grundsätzlich jeden Würfel so oft wiederholen, wie ihr wollt. Auch das ist im Gegensatz zu anderen Spielen meistens ja so, dass man dort nur einen Würfel einmal wiederholen kann. Hier könnt ihr es zu oft machen, wie ihr wollt, beziehungsweise nicht, wie ihr wollt, solange ihr genügt Stress zur Verfügung habt. Denn jedes Mal, wenn ihr einen Würfel neu werfen wollt, geht euer Stress um eins hoch. Ist es natürlich auf Maximum, habt ihr keine Möglichkeit mehr, die Würfel neu zu werfen. Aber das ist so eine kleine Bonussache, da kann man über sein Stresslevel noch ein bisschen Würfelmanipulation betreiben. Übrigens, die Würfelmanipulation funktioniert sogar, wenn die Gegner angreifen. Auch die werden versuchen, Erfolge zu werfen, um uns zu treffen. Aber auch da können wir Stress ausgeben, um gegebenenfalls diese Würfel neu zu werfen. Hat gegebenenfalls die Mechanik, dass wir halt besser ausweichen können. Schauen wir uns noch an, ob wir gegebenenfalls irgendwelche Bonussachen bekommen. Wir haben hier die erste Fähigkeit, die uns besagt, wenn wir ein Tentakel werfen, dann gilt dieses automatisch als Erfolg. Aber dennoch die Wirkung des Tentakels, das heißt, wir verlieren eine geistige Gesundheit, bleibt weiterhin bestehen. Heißt aber immerhin, das wäre trotzdem noch ein Erfolg. Dieses Symbol wäre sogar gleich zwei Erfolge. Wir haben einen normalen Erfolg und zählen eins von diesen Tentakeln trotzdem als Erfolg. Wir müssen uns aber dann trotzdem eine geistige Gesundheit schreiben. Nächste Fähigkeit, Brawling. Wir bekommen, wenn wir angreifen, gegen ein Ziel in unserem eigenen Feld und das tun wir automatisch einen grünen Würfel. Dadurch sind die Chancen natürlich etwas höher, dass wir Erfolge erwürfeln. Des Weiteren sind auf grünen Würfel keine Tentakel drauf. Das heißt, hier sind fast nur positive Ergebnisse für uns möglich. Die letzte Fähigkeit von Sisterbath ist eher eine Art passive Abwehrfähigkeit. Sie ist C, bedeutet, dass wenn sie angegriffen wird oder wegen dem Feuer würfeln muss, das kommen wir nachher darauf zu sprechen, wenn es dann soweit ist, dürfen wir einen Würfel neu werfen und das kostenfrei, ohne dass wir Stress ausgeben müssen. Die nächste Möglichkeit, natürlich noch solche grünen Bonuswürfel zu bekommen, ist, wenn unsere geistige Gesundheit hier auf diesem Level immer weiter Richtung Wahnsinn wandert, dann habt ihr hier diese Trennung, wo so ein grüner Würfel unten drunter ist und das bedeutet, dass ihr automatisch jedes Mal on top einen weiteren Würfel dazu bekommt. Hat natürlich sehr positiv, dass wir mehr Möglichkeiten haben, Erfolge zu erwürfeln, kommt natürlich immer näher an dem Wahnsinn ran, wenn das Ganze hinten ist, dieser Marker, dann wäre unser Charakter auch besiegt und das wollen wir natürlich auch nicht. Des Weiteren natürlich noch Gegenstände, auch da gibt es diverse Möglichkeiten, noch Bonus-Sachen zu bekommen, aber die gucken wir uns denke ich mal dann an, wenn wir die ersten Gegenstände bekommen haben. Das soll es aber als erst mal für die graue Theorie gewesen sein, jetzt führen wir unseren Angriff durch, wir wissen, wir haben drei schwarze Würfel von Haus aus, einen grünen über die Brawling-Fähigkeit und jedes Tentagel zählt zusätzlich noch als Erfolg. Wir hatten ja diesen Kultisten als Ziel gewählt gehabt, holen wir kurz uns die Gegnerkarte dazu vom Storyboard und bei den Kultisten schauen wir mal, ob irgendwas draufsteht. Diese Spalte ist dafür da, wenn der Kultist angreift, welche Würfel er benutzt, das heißt, er benutzt zwei grüne Würfel. Hier unten haben wir ein Feld für Fähigkeiten, hier, der Kultist macht da nicht tatsächlich irgendwas, können wir also ignorieren und er hat in Summe zwei Lebenspunkte und jeder Erfolg, den wir erwürfeln, ist automatisch eine Wunde, die wir zufügen und dann schauen wir doch mal, was wir mit unseren vier Würfeln erwürfeln. Ich hätte gerne zwei Erfolge und haben wir jede Menge Erfolge, drei Stück, kein Tentagel, kein schlimmes und damit haben wir automatisch diesen Kultisten besiegt, sogar mit einem Treffer mehr, den kann ich aber leider nicht auf den zweiten Kultisten applizieren, weil ich nur einen Gegner wählen durfte. Doch weil es so gut lief, ich habe ja noch eine dritte Aktion offen und dann greife ich ganz einfach nochmal an, denn ich kann jede Aktion so oft ausführen, wie ich gerne möchte und dann wird meine dritte Aktion natürlich sein, diesen Kultisten noch anzugreifen, haben wieder die gleiche Anzahl an Würfeln und haben aber diesmal nicht das gleiche Ergebnis, denn wir haben diesmal drei Tentakel, was bedeutet, dass dieser Marke drei Felder weiter vorwandern würde, das ist natürlich recht viel. Achtung, wenn ihr mal an dieser Stelle seid, das heißt kurz vor der Grenze und würdet die Grenze überschreiten anhand dieser Tentakel, haltet ihr grundsätzlich immer erstmal an dieser Stelle an, das heißt die restlichen Tentakel würden verfallen. Jetzt hier in dem Moment, da wir noch am Anfang sind, müssten wir alle drei komplett ausführen und vielleicht, ja, ich werde, die beiden haben wir ja schon Erfolge, damit haben wir den Kultisten besiegt, müssen wir uns zwar auch zwei geistige Gesundheit wegnehmen, aber das ist eigentlich nutzlos, deswegen werde ich einen Stress dafür ausgeben, diesen nochmal neu zu werfen und da haben wir ein älter sein und das bringt gar nichts, aber in dem Sinne auch kein Verlust an geistige Gesundheit, bleibt es also bei den zwei Treffern, sogar vier Treffer, die Frage ist, ich kann das ja auch noch neu werfen, da werde ich noch einen Stress ausgeben, weil aufgrund dieses Tentakels und dieser Fähigkeit ist das ja extra noch ein Erfolg, das heißt, ich habe meine zwei Erfolge schon, um diesen zu besiegen und da haben wir noch einen Tentakel, probieren wir das Ganze noch einmal, noch einen Stress und jetzt haben wir das, was wir wollten. Nachdem ich mein Ergebnis festgelegt habe, indem ich halt genug gewürfelt habe, jede Menge Stress verballert habe, ich denke, es war es wert, werten wir jetzt aus und zwar, das bringt uns gar nichts, zwei Blank bringt uns gar nichts, dann haben wir einen Erfolg über die Fähigkeit, dass dieses Tentakel auch ein Erfolg ist, einen zweiten Erfolg, damit ist dieser Kultist besiegt, weil er hat ja nur zwei Lebenspunkte und natürlich haben wir einen Tentakel somit unsere Geistige Gesundheit um eins gesunken können und das war auch die dritte Aktion von unserer Sister Beth und damit ist die Aktionsphase unseres Zuges vorbei. Nachdem wir nun mit Sister Beth unsere Aktionsphase durchgeführt haben, kommen wir zum zweiten Schritt und zwar sollen wir jetzt eine Mythos Karte ziehen. Der Stapel an Mythos Karten ist eine Kombination aus den Fähigkeiten von Hastur und natürlich dieser Episode. Die hatten wir am Anfang im Setup zusammen gemischt, waren jeweils 8 Karten, sind also müssen, nehmen wir das natürlich von oben und handeln diese von oben nach unten ab. Gehen wir mal näher ran, was wir jetzt hier haben. Eine Mythos Karte besteht aus drei Bereichen. Einmal die Beschwörung des großen Alten, des weiteren Sondereffekten, die jetzt über die Monster ausgelöst werden und gegebenenfalls ob neue Monster gespawnt werden. Dieses Symbol hier, das kann mal da sein und mal nicht, bedeutet, dass die Beschwörung des großen Alten, also in dem Fall Hasthor voranschreitet. Aber Achtung, das hat jetzt nach dem Ziehen der Karte noch keinen Effekt, wird also noch gar nichts damit gemacht. Es ist nur erst mal da, dass wir wissen, dass so ein Effekt mit dazugekommen ist. Dann gehen wir gleich zum zweiten Schritt und da werden sich jetzt die Hunting Horror etwas in Bewegung setzen. Denn jeder Hunting Horror wird sich jetzt um zwei Felder zu uns bewegen und zu uns heißt in dem Fall zum aktiven Ermittler also Sister Beth denn wir sind ja immer noch in ihrem Zug. Das Schlimme dabei ist jedes Mal wenn er dabei ein Feld mit einem Ermittler betritt ist egal welcher verliert dieser automatisch einen Lebenspunkt das ist natürlich nicht gut und danach wird auch noch eine Beschwörung durchgeführt und zwar ein neuer Hunting Horror kommt und zwar dort wo das gelbe Portal ist haben wir hier den einzigen Haunting Horror der zurzeit auf dem Feld ist und der bewegt sich zwei Felder zu Sister Beth somit ein Feld hierhin denn hier kommt er durch und das nächste Feld hierhin in diesen großen Ballsaal hinein weil auch hier eine Verbindung ist kommt aber zu keinem am Mittler das heißt keiner von uns muss jetzt irgendeine Wunde einstecken zu guter Letzt sollen wir noch einen weiteren Haunting Horror spawnen lassen und zwar beim gelben Portal also auf dieses Feld das ist jetzt schon die zweite Miniatur mehr Haunting Horror Miniaturen gibt es nicht im Spiel solltet ihr irgendwann in die Verlegenheit kommen eine Miniatur spawnen lassen zu müssen und habt keine mehr dann grundsätzlich auch nochmal die Fähigkeiten ansehen ob da irgendwas dabei ist was vielleicht beim Bewegen beim Erreichen eines Ermittlers oder sonstige Sachen mal passieren kann in dem Fall ist es nicht so müssen wir nichts weiter ausführen aber könnte ja mal passieren doch damit wir haben die Karte komplett abgehandelt ist die Mythos zu ändern das mit der Beschwörung kommt nachher noch komme ich nachher noch drauf zu sprechen wird jetzt in der Mythos Phase noch nicht ausgeführt nach der Mythos Phase kommt Phase Nummer 3 und zwar ist das die Kampf oder die Ermittlungs Phase je nachdem in welchem Zustand momentan unser Ermittler ist ist er zur Zeit sicher dann kann er erkunden ist er nicht sicher und das ist immer dann wenn Gegner auf seinem Feld sind dann wird ein Kampf initiiert überprüfen wir kurz ob Sister Beth zur Zeit sicher ist und das ist sie sie ist zwar auf einem Teil wo ein Gegner drauf ist aber auf ihrem Feld ist zur Zeit niemand drauf weil das hier noch durch diesen Bereich getrennt wird somit ist sie sicher und kann jetzt eine Ermittlung durchführen und ermitteln bedeutet wir dürfen eine Karte von unserem Erkundungs Deck ziehen und mal sehen was uns da erwartet Raidress okay eine Kellnerin und diese Kellnerin hat eine sehr nützliche Information sie sagt nämlich dass hier in diesem Gebäude ganz viele geheime Tunnel sind und das ist natürlich cool zu wissen wo die sind wir haben jetzt zwei Möglichkeiten sie hält nämlich nebenbei auch noch ein silbernes Tablett in der Hand wir können ihr jetzt das silberne Tablett abnehmen für uns verwenden würden wir uns für die linke Seite entscheiden dieser Pfeil sagt uns wir nehmen es einfach in dem Sinne müssen wir nichts weiter tun und diese silberne Tablett hilft uns wenn wir angegriffen wären haben wir einen zusätzlichen kostenfreien Neuwurf eines Würfels kann natürlich sehr nützlich sein die andere Seite ist natürlich genauso interessant dann kommt nämlich die Kellnerin mit uns mit als Companion also als Begleiter sie hat einen Lebenspunkt Bedeutet wir könnten auch Wunden ihr zufügen wird aber wahrscheinlich bei einem Lebenspunkt nicht sehr gut sein weil sie halt dann sofort stirbt und dann müssten wir halt diese Karte wieder ablegen sie hat nämlich einen sehr positiven Effekt denn solange dieser Begleiter bei uns ist können wir uns auf Feldern wo sich diese Beschwörungsportale sind über diese Portale bewegen und zwar gelten dabei jegliche Portale als miteinander angrenzen das heißt ich könnte jetzt vom gelben zum roten Portal gehen oder vom roten zum blauen also damit habe ich ganz schnelle Abkürzungen das ist natürlich sehr viel wert wenn ich das aber haben möchte muss ich einen Stress für ausgeben aber ich werde mich dahingehend tatsächlich für den Begleiter entscheiden dann holen wir uns doch mal diese Erkundungskarte wie gesagt ein Stress kostet das kann ich auch noch bezahlen zum glück ich habe noch eins übrig gehabt sonst wäre es mir verwehrt gewesen und dann kommt diese Erkundungskarte hier auf der rechten Seite so weit hinein dass wir nur noch den Text lesen können ihr könnt auch mehrere Karten aneinander reihen wenn ihr das auf einer Seite habt wenn ihr halt immer für die rechte Seite entscheidet das gleiche gilt natürlich für die linke Seite wenn ihr dann bleibt mein Begleiter wir können uns dann nicht noch mal das Tablett holen ergänzend müssen wir natürlich jetzt auch auf unsere psychose achten denn die sagt nämlich wenn wir auf vollen stress sind und da sind wir dann verlieren wir automatisch eine Erkundungskarte was ja wieder unser Begleiter wäre aber das wird ja erst ausgelöst wenn dieser Marker hier auf diesen Punkt kommt und das ist ja ja noch nicht müssen wir uns auf alle Fälle da ein bisschen schauen dass wir halt nicht diesen Begleiter verlieren weil wir hier voll mit stress sind sollten wir gegebenenfalls vorher abbauen okay damit sind wir auch mit der dritten Phase durch kommen wir zur letzten Phase da werden die Endeffekte ausgeführt wenn ihr die Endeffekte abhandelt könnt ihr diese in beliebiger Reihenfolge tun aber Achtung Endeffekte sind nur diese Sachen wo drauf steht zum Ende des Zuges mit Ausnahme die vom großen alten die werden separat ausgeführt wenn diese dann mal zum tragen kommen jetzt hier in diesem Bereich haben wir keinen einzigen Endeffekt den wir irgendwo ausführen müssen nichts bei den Gegnern nichts auf der Szenario Karte irgendwo da was drauf stehen sollte somit können wir diesen Bereich überspringen und kommen als nächstes zum abhandeln der Feuereffekte denn diese werden nach den Endeffekten abgehandelt beim abhandeln der Feuereffekte gelten jetzt nur die Feuertokens die auf unserem Charakter liegen wir hatten ja vor uns ganz kurz mal das Beispiel gab wenn wir uns durch einen Raum mit Feuer bewegen wie wir einfach mal ein Beispiel momentan hat ja Sister Beth nichts drauf aber gehen wir mal von aus durch bewegt hat wo zwei Feuertokens drauf waren jetzt wird nämlich festgestellt macht das Feuer an und schaden oder nicht das Feuer wird dann auf alle Fälle abgelegt das heißt egal wie das Ergebnis jetzt aussieht die Feuertokens werden auf alle Fälle vom Charakter verschwinden übrigens wenn ihr mal keine Feuertokens mehr habt die ihr auf ein Feld platziert dann könnt ihr den Effekt ignorieren habt ihr aber keine Feuertokens mehr übrig die ihr auf einen Charakter platzieren müsst dann müsst ihr euch gegebenenfalls mit Wundmarkern behelfen um das zu symbolisieren doch jetzt mal auf dieses Beispiel zurück zu kommen wir haben also zwei Feuertokens mit denen es zu handeln gilt und da müssen wir für jedes Feuertoken einen schwarzen Würfel werfen und dabei gilt wieder das wäre ein Treffer also ein Erfolg sodass wir eine Wunde kriegen würden das wäre nichts das wäre nichts das wäre nichts aber auch das wäre auch eine geistige Gesundheit die wir einbüßen würden und beachtet natürlich habt ihr teilweise auch Fähigkeiten die euch beim Feuerwurf zum Beispiel hat einen freien Neuwwurf ohne dass ihr drauf weil wir kein Ausrufe Zeichen gewürfelt haben das heißt keine Wunde müssen wir uns schreiben aber halt eine geistige Gesundheit es sei denn ich benutze jetzt hier meinen Neuwurf könnte ich machen riskiere ich jetzt natürlich eine Wunde einfach mal probieren jetzt wäre es eine Wunde jetzt haben wir den Neuwurf gemacht und müssten uns eine Wunde schreiben aber in dem Fall so sieht das Ganze aus und danach werden die Feuertugeln ganz normal abgelegt so dass man die nächste Runde erstmal ohne Feuer wieder startet aber hatten wir ja alles nicht Sissabeth war ja feuerfrei der nächste Schritt am Zugende ist das Überprüfen des Mythos Karten Ablagestapels denn jetzt wird geprüft was haben wir denn hier an Beschwörungs Symbolen grundsätzlich ein Symbol in der Ablage ist überhaupt kein Problem auch zwei ist überhaupt kein Problem sobald aber das dritte Symbol dieses Symbol hier in der Ablage ist wird der große alte um ein Feld nach vorne wandern also dahingehend solange halt hier wenig von diesen Beschwörungs Symbolen da sind ist alles cool wenn dann diese drei Symbole zusammengekommen sind und der große alte einfällt weiter nach vorne gewandert ist dann werden alle Karten aus der Ablage genommen und der Mythos kann also wieder schneller gehen je nachdem welche Karten ihr zieht kann eine Beschwörung manchmal länger und manchmal recht kurz sein auf diese Gegebenheiten solltet ihr euch auf alle Fälle einstellen übrigens wenn der große alte gegebenenfalls schon auf dem Spielfeld sein soll das werden wir hoffentlich dann irgendwann auch schaffen dann habt ihr ihn ersetzt mit so einer Markierscheibe dann wandert natürlich auch die Markierscheibe bei drei haben wir das ganze verloren des weiteren müsst ihr natürlich darauf achten wenn der große alte nach vorne wandert oder gegebenenfalls diese Scheibe nach vorne wandert er hat teilweise Effekte die ausgelöst werden wenn der große alte in der Beschwörung weiter nach vorne rückt auch das müsst ihr immer beachten dass ihr das zu diesem Zeitpunkt dann ausführt nachdem ihr dann den großen alten oder die Scheibe um 1 der große alte beschworen ja oder nein gibt ihr nur zwei möglichkeiten entweder durch das voranschreiten kommt er jetzt hier auf diesen roten bereich dann wird sofort hast du oder der große alte beschworen bedeutet dass die erste karte hier rüber gelegt wird und auf dieser zweiten Stage karte steht auch drauf wohin er beschworen wird und teilweise auch andere Effekte mit denen wir natürlich dann umgehen müssen oder die zweite möglichkeit dass hast du beschworen ist wenn wir das ritual unterbrochen haben das heißt hier unsere episoden ziel erfüllt haben dann wird natürlich auch in die karte rüber gelegt dann der effekt ausgeführt wo hast du beschworen wird und wir können ihn nämlich dann auch angreifen denn Achtung ihr könnt hast nur aktiv angreifen wenn ihr das geschafft habt ist er schon hier und wird beschworen dann ist er zwar in unserer welt aber wir können ihn nicht angreifen solange wir das nicht erfüllt haben also das ist dann immer noch unser hauptziel aber in unserem Spielstadion jetzt überhaupt noch keine Relevanz denn er ist ja noch weit weg wir haben auch noch kein Ritual irgendwo unterbrochen und es käme jetzt noch der letzte Effekt auch den können wir komplett überspringen denn wenn teilweise die Stagecards vom Großen Alten sagen am Ende des Zuges dann werden diese jetzt ausgeführt deswegen am Anfang auch diese kleine Erwähnung dass die Endeffekte ausgeführt werden aber noch nicht die vom Großen Alten denn die kommen jetzt erst ganz zum Schluss doch damit war es das auch mit unserem Zug mit Sister Beth wir sind jetzt alle Phasen durchgegangen und jetzt geht es weiter mit Rasputin auch unser Rasputin hat natürlich drei Aktionen die erste Aktion wird natürlich sein Bewegung 1 2 das reicht mir auch ich bleibe hier stehen denn ich möchte als zweite Aktion jetzt diesen Hunting Horror angreifen machen wir auch für Rasputin die Würfel zusammenstellen für den Angriff 3 schwarze Würfel von Haus aus hinsichtlich der geistigen Gesundheit ist noch nichts dazu gucken wir bei den Fähigkeiten hier kann er nicht sterben bzw. einmal sterben würde er wieder ins Leben zurück rufen hilft und jetzt beim Angriff aber nicht dann haben wir hier Arcane Meisterschaft das hilft auf alle Fälle denn wenn wir so ein älter sein würfeln würden wäre das ein Erfolg und des weiteren auch wie Sister Beth hat auch Brawling was bedeutet Angriff auf seinem Feld ein grüner Würfel dazu schauen Hunting Horror an er greift an mit drei schwarzen Würfel also relativ fett und hat vier Lebenspunkte die wir runterschlagen müssen und viel schlimmer ist wenn wir durch einen Angriff ihn nicht sofort besiegen das heißt wenn ihr überlebt dann verlieren wir automatisch eine geistige Gesundheit das ist natürlich nicht ganz so günstig noch schauen wir mal was das ganze wert ist mit unseren Würfeln wir haben wir haben hier einen Erfolg wir hätten hier noch einen Erfolg das sind jetzt zwei und dann würde ich ja ich würde schon versuchen die beiden neu zu werfen brauche ich aber zwei Stress wollen mal sehen und wir haben noch einen Erfolg stressen wir ihn noch ein bisschen zweimal kann er noch und da haben wir wieder ein blank ach das letzte auch noch probieren wir es einfach und wir haben noch Treffer die wir diesem Hunting Horror zufügen können das heißt er hat den Kampf überlebt und wir müssen jetzt die Konsequenz erleiden und eine geistige Gesundheit des weiteren verlieren wir noch eine geistige Gesundheit durch diesen Würfel wurf schade ich hatte gedacht dass ich das mit einer Aktion weg kriege aber schaffe ich nicht deswegen muss ich jetzt meine dritte Aktion nochmal für aufwenden um anzugreifen und da haben wir ach das Ergebnis reicht auf alle Fälle da muss ich auch nichts neu werfen es sind nochmal zwei Treffer ein Lebensburg hat ja nur noch übrig das heißt dieser Schrecken ist zum Glück jetzt endlich besiegt doch leider hat uns das etwas Stress gekostet natürlich auch geistige Gesundheit und ich verbraucht habe muss ich das das nächste mal machen und wir kommen direkt zur Mythos Phase und ziehen eine Karte dann schauen wir nochmal was schreckliches jetzt passiert ok welcome to the fort auf alle Fälle kein Beschwörungssymbol das heißt da passiert erstmal nachher nichts aber bei den Kultisten passiert etwas denn als erstes bewegen sie sich alle um ein Feld in unsere Richtung also in Richtung von Rasputin in der ersten Etage haben wir nur noch einen Kultisten dort ist Rasputin ein Feld in seine Richtung das heißt hier in diesen Flur hinein dann haben wir hier die zweite Etage der einzigste Weg zu Rasputin ist über diese Treppe das heißt dieser Kultist ein Weg hierhin und dieser ein Feld hierhin und jetzt kommt das Böse denn in jedem Feld wo sich mindestens ein Kultist befindet wird jetzt einer von diesen Ballgästen getötet und wenn es ein Tänzer war dann kommt an diese Stelle ein Kultist doch wie funktioniert das Töten eines Ballgastes dafür gibt es die Spezialregeln auf unserer Episoden Karte die sagt wenn ein Effekt einen Ballgast der nicht aufgedeckt ist tötet dann sollen wir ihn umdrehen ist es ein Tänzer wird dieser abgelegt ist es ein Beschwörer oder ein Zauberer bleibt dieser offen liegen dann schauen wir doch mal hier haben wir einen Tänzer das heißt dieser ist weg und dann haben wir hier einen und auch hier haben wir einen Tänzer das heißt dieser ist weg wir wissen ja dass hier zwei Zauberer sind das heißt die Auswahl wird natürlich jetzt dadurch geringer doch leider sagt ja auch die Karte es kommen anstelle des Tänzers die jetzt zu den Kultisten konvertiert worden sind jetzt halt Kultisten und jetzt werden es natürlich immer mehr von diesen Gegnern gucken wir nochmal in die erste Etage da war ja nur der Kultist hier hier ist kein Ballgas somit müssen wir eine Waffen Kiste wir können sie nehmen auf der Seite gibt es gar nichts das heißt nur auf der rechten Seite ist dies möglich und wenn wir das haben wollen kostet uns das eine Wunde das heißt wir verletzen uns wahrscheinlich als wir die Kiste aufbrechen wir müssen diese Karte nicht nehmen wir können sie auch ablegen aber wäre natürlich schon ziemlich gut beraten dass wir das mitnehmen denn wir addieren das ist natürlich eine ganze Menge aber als Konsequenz werden auch alle Ballgäste dann in den benachbarten Raum fliehen na klar weil die hören dann Schüsse und wollen da nicht in der Nähe sein und hauen halt quasi ab doch ich glaube diese eine Wunde werde ich mir schreiben um diese Waffen Kiste zu öffnen um mir diese Handfeuer Waffe anzueignen kommen wir noch zu den Endeffekten die handel ich jetzt ganz schnell ab wir hatten festgestellt gab kein neues Beschwörungssymbol auf der Mythoskarte das heißt da passiert nichts vom Fortschreiten her wir haben auch keine weiteren Endeffekte irgendwo kein Feuer was wir abhandeln müssen kein großer Alter wird beschworen und deswegen Ende des Zuges und wir kommen wieder in die nächste Runde und damit geht es wieder weiter mit Sister Beth drei Aktionen mit unserer Ordens Schwester wir können wieder laufen wir können wieder angreifen wir können aber auch ausruhen und ausruhen ist eine coole Sache ist aber nur möglich wenn wir uns auf einem sicheren Platz befinden schauen wir nochmal kurz nach jawohl Sister Beth ist alleine da ist kein Gegner sie ist sicher und da wir jetzt ausruhen können wir regenerieren und zwar drei Punkte und Wunden verteilen Wunden haben wir momentan gar keine müssen wir also auch nicht irgendwo heilen deswegen kann ich alle drei Punkte investieren in die Stressheilung eins zwei drei aber wie gesagt ich kann das frei kombinieren aber habe halt nur drei zur Verfügung sollte ich gegebenenfalls noch mehr Wunden noch mehr Stress haben bräuchte ich noch eine zweite Ausruhr Aktion um da noch mehr wegzumachen oder man lässt es einfach so wie es ist das war aber unsere erste Aktion als zweite Aktion möchte ich gerne eine Episoden Aktion durchführen dafür benötigen wir die Episoden Karte ich habe sie mal hergeholt wir haben ja zwei Möglichkeiten entweder können wir zwei von diesen Token in unserem Feld aufdecken oder wir können eins von diesen Ballgästen bewegen lassen um bis zu zwei Felder diese Wahl haben wir doch beim Aufdecken dieser Ballgäste muss man darauf achten dass Tänzer wieder zurückgedreht werden nur Zauberer oder Beschwörer offen liegen bleiben beziehungsweise wenn wir Ballgäste bewegen lassen können wir auch Zauberer also Beschwörer die wir irgendwo erkundet haben in diese Bewegung zwingen ich werde aber als erstes jetzt zwei von den Ballgästen mal gucken ob wir hier irgendwas dabei haben wir haben hier einen Tänzer und wir haben noch einen Tänzer drehen wir wieder um sollten wir uns auf alle Fälle merken dass hier nichts irgendwas von uns von Relevanz ist und jetzt habe ich noch eine Bewegung frei hat irgendwo gehofft gehabt dass ein Zauberer dabei ist dass ich schon weg scheuchen könnte aber ist nicht und jetzt diese Ballgäste irgendwo hinzubringen ist eher hinderlich denn hier weiß ich dass die nicht von uns von Relevanz sind deswegen lasse ich sie auch dort und werde meine letzte Aktion ganz einfach ich werde mich bewegen 1 2 schon mal hier in diesen Raum hinein und damit ist die Aktionsphase für unsere Sister Beth schon beendet und wir ziehen eine Mythos Karte ok mal sehen was passiert keine Beschwörung es macht sich ganz gut wenn ihr dann drei Symbole zusammen haben aber hier können wir das abdecken ist überhaupt kein Problem ja was passiert jetzt wir haben einen Selbstwort packt und dass jeder Ermittler der zwei oder mehr von den gelben Zeichen auf sich hat gelbe Zeichen das sind diese hier die werden meist über Hasstor getriggert also momentan noch keine Relevanz dahingehend würde jetzt eine Wunde bekommen haben wir nicht müssen wir nicht damit kann ich leben blaues Tor zweite Etage das ist hier an dieser Stelle damit ist die Mythos Phase auch schon vorbei kommen wir zur Ermittler Phase hier sehen wir noch Sister Beth ganz links sie ist alleine hier mit den zwei Ballgästen das heißt sie ist in einen sicheren Raum und Lebenspunkt und wir bekommen ein Level bei Brawling das ist diese Kampfgeschichte wo wir sowieso schon einen grünen Würfel haben das ist natürlich eine nette Sache sie hat eine Pistole in der Hand und wir müssten das Paar ablegen wenn wir es hätten aber haben wir nicht deswegen keine Relevanz und wenn wir die Pistole haben wollen können wir das auch nehmen und bekommen bei jedem Angriff automatisch einen grünen Würfel haben wir die Marksman Fähigkeit haben wir nicht würden es sogar zwei sein doch das ganze kostet uns zwei Stress egal was wir nehmen aber ich denke mal die Brawling Fähigkeit ist eine nette Sache und die werde ich auf alle Fälle mitnehmen das heißt ich bezahle die zwei Stress und daher war es auch ganz gut dass ich etwas reduziert habe eins noch übrig die Braut geht auf die linke Seite hinein und gibt uns jetzt ein Level auf Brawling das ist hier somit können wir diesen Marker auf diese Schwelle vorrücken übrigens diese Level wandern automatisch nach vorn sobald ihr hier so eine Markierung erreicht könnt ihr euch eine Fähigkeit aussuchen um diese nach vorne zu level das heißt je wahnsinniger er wird desto mächtiger werde die daraus also ein Balance Akt das ihr halt nicht zu schnell hier hinter kommt aber dennoch immer stärker werdet schauen wir uns noch kurz an was die nächste Fähigkeit von Brawling ist das ist nämlich die Geschichte dass wir jetzt nicht nur ein Ziel wählen dürfen wir dürfen jetzt alle Ziele in einem Feld angreifen und den Schaden so verteilen wie wir gerne möchten und das kommt dazu zur vorgehenden Fähigkeit Achtung ihr habt manchmal Fähigkeiten da steht drauf anstatt dann würde das vorgehende ausgehebelt werden dann wird eine neue Fähigkeit aber in dem Fall hier kommt es dazu des weiteren müsst ihr natürlich darauf achten wenn ihr diesen Begleiter verlieren solltet warum auch immer ich sage hier zum Beispiel nur diese Fähigkeit könnte dazu Sorge tragen dass wir vielleicht mal so eine Karte los werden dann müssen wir uns natürlich das Level wieder zurück nehmen sobald dieser Bonus weg ist Ermittlungsphase vorbei somit auch Zugende erreicht wir haben wieder keine Effekte auch unsere Beschwörung nicht vorangeschritten und dann können wir direkt zu Rasputin wechseln als nächstes Rasputin er ist voll mit seinem Stress er ist momentan in einem sicheren Ort und daher möchte ich gern heilen oder ausruhen die Frage ist heilig Stress ja ein Punkt eine Wunde wieder runter und zwei Punkte für den Stress runter das war meine erste Aktion ausruhen zweite Aktion wir gucken uns zwei Tucken an und wir haben einen Beschwörer in den müssen wir wieder umdrehen und jetzt ist die große Frage gucke ich jetzt hier weiter für meine dritte Aktion oder scheuche ich diesen weg es ist natürlich sehr von Vorteil wenn wir diesen separiert bekommen es gibt in dem Spiel einige Effekte dafür Sorge tragen dass wir wieder die Sachen durcheinander mischen müssen und das immer mit den anderen Token die in einem Raum sind das heißt diese Beschwörer zu separieren ist eine sehr gute Taktik und daher werde ich für meine letzte Aktion diesen Ballgast in Form des Zauberers bewegen lassen um bis zu zwei Felder ein Feld zwei Felder und da ist dieser schon hinten auf der Küste dort müssen sie alle hin dort müssen vier stücken den ersten haben wir schon geschafft mehr können wir aber zur Zeit auch nicht tun kommen wir wieder zur Mythos Phase und ziehen eine Karte und mal sehen was sie bekommen die nächste Beschwörung geht voran und dann bekommen wir ganz viel Text und jetzt ist es tatsächlich mehr als eine Party ok gehen wir belegt haben das waren ja die zwei die Kultisten vor uns weg gemacht haben sollen wieder mischen ok mischen in dem Sinne nicht unbedingt sinnreich da ist ja quasi alles das gleiche ist und dann sollen wir die gerade gemischten hier in den Ballraum hineintun dann haben wir schon mal den ersten Effekt ausgeführt als nächstes sollen alle Gäste oder alle Ballgäste die nicht aufgedeckt sind in ein Feld Richtung Ballsaal sich begeben das heißt die beiden hier oben wandern hier rein dann haben wir diese die wandern hier hinein ganz hier unten haben wir auch zwei Gäste die sich Richtung Ballsaal begeben dann haben wir diesen der kommt durch die Treppe den rücke ich gleich erst machen wir noch diesen einen hier vor die beiden hier rüber und die beiden hier rüber und natürlich nicht vergessen der hier über die Treppe kam kommt auf dieses Feld und zu guter Letzt sollen wir alle Zauberer die aufgedeckt sind umdrehen aber nur dann wenn sie sich in Felder befinden mit anderen Ballgästen die quasi umgedreht sind den einzigen Zauberer den wir aufgedeckt haben der ist dort oben an der Küste der ist aber allein da ist kein Ballgast somit müssen wir ihn nicht umdrehen und deswegen ist es so vorteilhaft diese zu separieren damit haben wir die Mythos Karte abgehandelt wenn man sich ein bisschen gemerkt hat wo man die Gäste hin platziert hat dann weiß man welche noch vorher drin waren das weiß man aber nur so lange bis wenn man irgendwann mal aufgefordert wird auch den schenken aber wir können mal schauen ob wir irgendwas finden mal sehen was Rasputin findet wir haben eine uralte Rüstung was können wir damit tun wir können einmal den uralten Geist selber als Begleiter dazu holen würden wir einen grünen Würfel beim Angriff bekommen wenn wir Verzauberungs Status Karten auf uns drauf haben aber habe ich bisher nicht das heißt gibt überhaupt keinen Effekt jetzt für uns deswegen ich lieber dann eher mit dem anderen Effekt das nämlich die Rüstung da können wir einen kompletten Angriff negieren müssen zwar den Gegenstand dann abgeben aber da kann man sich mal vielleicht gegen die Gefahr begeben gegen einen anderen Feind anzutreten und dann keine Konsequenzen ertragen zu müssen diese Entdeckungskarte kostet uns auch nichts können wir einfach anlegen ich nehme die Rüstung ich denke mal damit bin ich besser bedient und dann sind wir schon am Ende unserer Ermittlungsphase kommen jetzt wieder zu den Endeffekten haben wir keine Feuer müssen wir auch nicht ausführen schauen wir mal beim Mythos Karten Stapel was da passiert ist und da haben wir in der Ablage momentan zwei Beschwörungs Symbole also noch keine drei es passiert somit noch nichts und es geht dann weiter mit den anderen Effekten der Endphase und da ist nichts abzuhandeln somit können wir jetzt gedroht in die nächste Runde hineingehen ihr seht aber wie schnell diese ganzen Züge jetzt nach und nach von starten gehen und bisher muss ich sagen ist es noch relativ ruhig aber das wird sich unter Garantie noch ändern aber das machen wir dann alles das nächste Mal liebe Freunde so sieht es jetzt bei uns aus nach dieser Folge von Cthulhu Death Medaille ihr seht von den Regeln her es ist nicht kompliziert es geht recht schnell es ist flüssig und es macht richtig viel Spaß momentan dann ist es noch recht ruhig wir haben zwar ein paar Gegner da aber ich glaube wir hatten bisher Glück gehabt mit den Mythos Karten da kommen wahrscheinlich noch ganz viel bösartige wo die Gegner sich öfters bewegen und natürlich auch angreifen werden daher sind wir momentan noch nicht großartig in die Verlegenheit gekommen uns da einem Kampf stellen zu müssen bisher waren wir der Angreifer aber das wird sich sind auch noch welche und die sollten wir vielleicht bevorzugt jetzt runterholen weil es dauert eine ganze Weile bis wenn wir diese zur Küste gescheucht haben und jedes Mal wenn wir eine Mythos Karte ziehen kann die Beschwörung vorankommen und ihr seht wir brauchen nur noch eine Karte und dann wird der Hastur das erste Feld voranschreiten und dann wird die Sache immer immer schwieriger und nichts ist schlimmer als wenn Hastur sogar vorzeitig in unsere Welt kommt bevor wir das Ritual unterbrochen haben denn dann müssen wir uns zusätzlich noch mit ihm rumschlagen okay aber hinsichtlich der Regeln ich denke mal das ist relativ einfach und transparent so dass wir dann das nächste Mal hier weitermachen können und dann werde ich natürlich viele Züge hintereinander spielen jetzt seht wie schnell das Ganze geht so dass wir ein bisschen Fortschritt machen und versuchen dann unser Abenteuer auch erfolgreich zu bestreiten und dann hoffe ich natürlich dass ihr wieder mit dabei seid dass ihr mir zuschaut dass ihr ein bisschen Spaß dran habt und wenn ja hinterlasst mir doch einfach einen Daumen nach oben empfehlt mich weiter abonniert den Kanal das hilft immer und dann wünsche ich euch alles Gute habt Spaß am Spiel bis zum nächsten Mal euer Genu